Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Mini-Craft-Attack auf dem Server. Und äh, warte, jetzt mal eine Umfrage. Und zwar, wie lange schaut ihr mich schon an? Und ich werde euch ja ein paar Möglichkeiten geben. Hier oben reiß ich glaube dann jetzt mal alles auf. Und, ähm, könnt ihr abstimmen, seit welchem Zeitpunkt ihr mich schon schaut. Das wird mir ordentlich interessieren. Ähm, ja, könnt ihr auch direkt, wenn ihr abstimmt, könnt ihr auch direkt sehen, was die anderen gesagt haben. Und, ja, wir brauchen ein bisschen weitergehen. Im Laber. Und ich habe mir gedacht, dass ich jede Folge jetzt, jede Folge, eine ganz kurze Tour machen durch die Stadt. Und zeigen, was hier passiert ist. Wir haben noch Stormbricks. Diese Wand reicht wohl noch. man kann ja? Ja, ich habe noch einen ganz kurzen Weg los, wenn wir es nicht sehen, hat sie noch aufgenommen. Aber ich kann ja jetzt keine Wand sehen. Und dann bin ich nicht locker. Das war's großartiges. Ich bin sehr vieler. Sein... Wollt ihr mal gucken... Achso... Passiert ist... Ja... Jetzt kann ich mir ein bisschen Custom ab... ...schmeißen... Und... Jo... Wollt ihr mal gucken? Ich weiß nicht... Bis jetzt ist nichts eigentlich... Oder? Ja... Hier ist auch erstmal... Keine Entwenderung... So sieht echt cool aus... Eigentlich schon... Das gefällt mir sehr gut... Obwohl ich finde... Der ein bisschen zu lang ist... Irgendwie... Irgendwie sehr, sehr, sehr lang... Also vielleicht ein... Kürzer und ganz cooler... Also die sieht mir ganz cool aus... Aber wenn wir so lang sind... Das ist nicht so schön aus... Oh wait... Okay... Ich weiß noch was passiert... Brauch ich... Nichts... Aber ich glaube... Ich glaube das wieder tun wir hoch... Nachher die Abilager-Farm... Mit... ...Gladimir... ... und Eisenbollah... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Das ist... Das ist... Das ist... Wir drücken drauf... Genau... Was nicht funktioniert hat... Ich glaube es ist einfach zu wenig Türen... Aber so sieht echt cool aus. Was soll's meins? Ähm... Nicht was passiert, ich könnte mir auch mal daran bedienen, aber irgendwie... Mach ich das irgendwie nie. Ich hab aber meine eigene Farm und... Ich freu nicht irgendwie jetzt was Norden hier. Und... Yes. Was ist hier passiert? Sieht irgendwie schön aus hier, ey. Und ich bin da nicht verfrunden. Auch irgendwie komisch. Der Bombsumsch war auch nicht passiert, ne? Der Klappen-Tab steht schon irgendwie seit ewig schon wieder. Ewigkeit steht Klappen-Tab schon da. Und fort, dann schreibe ich mir den... ...dass wir dir irgendwo. Aha. Noch ich der Gewehrängste. Und 50 Storm-Breaks, das sollte reichen. Bei der Steuerarbeit beträgt ich nicht gerade viel online. Deswegen ist das Weißfeld auch nicht so... ...mitgewachsen. Natürlich Storm-Breaks, aber vorher könnte noch ein bisschen knapp werden. Ich weiß, Kies ist hier aus dem Weg. Kies ist echt unnötig. Warum muss das fallen? Du. Bleib mir nicht. Du. 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 Ich wille nur einen Bloch zu machen... ...wann noch mehr Bloch? Ich bin jetzt da unten mit dran. Genau, nochmal Gloucester. Und Redstone. Ich freue mich, dass wir noch einen Crash-Nutell mitmachen. Das wird auch wieder auf der Reihe werden. Deswegen nehme ich hier einen Crash-Nutell mit dem nach unten. 1, 2, 3, 4 Lampen. Und insgesamt noch 10... äh... bei Redstone Fackeln. 2, 3, 4. Stoff, stoff. Toll. Muss irgendwie mal aussortieren hier, das ist ja... unglaublich. Also da kommt weg... Da kommt weg... Da kommt weg... Und oh... Toll, das war so klar, ne? Da hast du die Beats... Ha... Ich gehe mal zu unfackeln. Ja, das war so klar, jetzt ist das... ...das ist nicht... ...wil den Stormblicks passt... ...ich bilde mir das nochmal hier hin. Jetzt hole ich mir die wieder... ...und ich ziehe das noch zu wenig hinein. Jetzt hole ich mir die wieder... Jetzt hole ich dann wieder raus. Aus. 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 Okay. Jetzt war dumm. Ich freue mich noch. Was soll ich mit dem... Ach, ich bin doch dumm. Das geht ja gar nicht. Ich habe mir das nicht gedacht. Das ist ja der Perf. Liegt man zwar nicht, aber okay. Pfff. Fass auf. Ich glaube, ich schaue mir trotzdem nicht da aus. Ich bin gegen die Überstormblicks. Haha. Good shot. Sehr gut. Hier auch noch. Yay. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe. Wie ich... Schwer. Und damit ist das schon. Das ist es gewesen. Von euch gegen Folge. Meint auf dem Kopf. Detekt mich das Video gefallen hat. Da ist eine positive Bewertung da. Abo. Nicht vergessen. Und tschüss.